Hallo, das IFA Festival, es war vorbei, was am Wochenende im Heidelberg stattgefunden hat, aber wir machen gerade weiter. Und zwar schon am kommenden Samstag sehen wir uns wieder im Karais bei unserem Dance-Special. Ich freue mich riesig, ich begrüßen zu dürfen mit meinen tollen Kollegen, die auch verschiedene Tanzformate anbieten. Komm einfach vorbei, lass es dir gut gehen, lass dich verwöhnen und feiern mit uns das Leben. Ich hoffe sehr, dass wir uns sehen. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.